Willkommen zur Tagesschau in einfach Wikileaks Assange China bringt Steine die Chefin von der Behörde heißt Atataman Atataman diese Menschen machen sich deshalb Sorgen diese Menschen sagen wir wollen ausgegrenzt werden wir wollen nicht gleich behandelt werden und nun zur nächsten Nachricht Deutschland mehr Menschen in Deutschland in Deutschland leben Menschen und es werden immer mehr Menschen leben der Staat hat die Menschen das nennt man Staat der Staat guckt bei dem Staat auch wie leben die Menschen zum Beispiel Wohnungen der Staat sagt am meisten Kostenwohnungen in dem Bundesland Sachsen-Anhalt und am wenigsten Kostenwohnungen in der Stadt Hamburg die Stadt Hamburg ist im Osten von Deutschland und nun zur nächsten Nachricht China bringt Steine in dem Land China haben Forscher ein kleines Erfolg gefeiert die Forscher haben ein kleines China jetzt die Forscher in China freuen sich Steine mitgebracht die Forscher wollen die Steine die Forscher wollen damit neue Informationen bekommen das waren Nachrichten Wikileaks Assange faire Behandlung Deutschland in mehr Menschen China bringt Steine und jetzt kommt es die Sonne scheint es werden 38 Grad das waren einfach Tschüss.